Was ist die Normale Position? Normale Position, Mädels, eine fangt, ein Spiel zu. Du werfst die beiden Spiele zu, 20 Treffer pro Person auf den normalen Korb. Organisiere, einander helfen, abwechseln. Los! Denk an den Deckel auf dem Ball, balance nach vorne. Oh, gehen wir wieder. Genau wie heute Morgen, nicht hoch, aber den Balance durch nach vorne, so dass du beim Netz weg kommst. Ja, von hinten auf den Ball rein und dann durch. Ja. Auf die Seite. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020